Angekündigt hat sich dieser Wechsel schon lange, aber nun ist es offiziell. Dortmunds langjähriger Innenverteidiger Mats Hummels wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern. Den Fünfjahresvertrag zum 1. Juli hat der 27-Jährige schon unterschrieben. Am Montag wurden die letzten Formalitäten inklusive der sportmedizinischen Untersuchung erledigt. Hummels, der schon in seiner Jugend bei den Bayern spielte, freut sich auf seine neue Aufgabe, auch wenn ihm, wie er sagt, der Abschied von Dortmund nach über acht Jahren schwergefallen ist.